Dass ich auch als Rahm-Bakta dort mit dabei sein darf. Und anfangs dachte ich, während einer Präm-Mela, Tharun Baba, he gave me this book. He said, oh, do you want this book? I have no need for this book. Dann hat Tharun Baba ihm das Buch gegeben und Hannumann dachte, oh, da kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Aber ich war dann doch sehr überrascht. Wie man dieses wunderbare Buch denn nicht lesen könnte. Und Tharun Baba hat mir auch ganz deutlich gemacht, dass Tharun Baba Ratharani ist. Und dass Tharun dann nicht so das Bedürfnis nach Sita hat. Katar hatte, als es in Ratharani schon inbegriffen ist. Und ich dachte, yes, okay, I accept. Oh, da habe ich mir gedacht, nehme ich hin. Aber ich persönlich habe eine Neid, zu hören. Aber ich ganz persönlich habe ganz unbedingt das Bedürfnis, Sita Ram zu hören. Nicht nur Sita Ram, sondern natürlich habe ich auch ein tiefes Bedürfnis, danach, wie Lapkus Manjali mitzuhören und in dieser Radha-Dasham-Familie teilzunehmen, an dem Austausch. Manchmal habe ich den Eindruck, das wird mir doch zu vertraulich. Denn ich betrachte Sita als meine Mutter. Und das ist schon eine unterschiedliche Stimmung. Und natürlich unter dieser Großgruppe von Radha-Rani-Dashis. Haben wir doch auch die Möglichkeit, über Mutter Sita zu sprechen, die ja eine Gestalt von unserer Swamini ist. Und das war der ganz ausdrückliche Wunsch meiner lieben Schwester, Suniti. Und das war auch die Idee von mir für den heutigen Tag. Ich möchte da gerne etwas zuführen, sagt Gurudev. Ich war in Barsana. Da kam einmal ein Rambhakta. Und ich fragte ihn, warum bist du als Rambhakta denn hier, in Barsana? Just to know about his deep meditation. You don't know, he said to me. You don't know. What is the name of Radhika? Was ist der, wie heißt, wer ist der Name von Radhika? Der Name ist Kishori. And what is the name of Sita? Und Sita heißt doch auch Kishori. Da ist ja kein wirklicher Unterschied zwischen Sita und Radhika. Ich komme also von meinem Kishori-Darshan in eine gute Verbindung zu einem Rahm, der Schüler. Sita und Radhika sind beide Kishori und haben doch eine ganz enge Beziehung miteinander. Das habe ich auch von dir so gelernt. Ich verspreche euch, da wird ein ordentlich Sita-Katar heute zu hören sein. Ich würde gerne mit einem ganz, ganz außergewöhnlichen Devotee von Rahm beginnen. Sein Name ist Kakabushundi. Sein Name ist Kakabushundi. Und das ist eine Krähe. Eine junge Krähe. Diese Geschichte wäre jetzt zu groß, zu ausführlich, um sie zu berichten. Aber ganz kurz kann hier gesagt sein, dass diese Krähe einen Dialog mit Garuda hatte. Garuda kam ursprünglich zu ihm, weil er einen Zweifel hatte. Ein Zweifel darüber, ob Rahm sein Vishnu sei. Während also dieser gesamten Gespräche dieses Gespräches Kakabushundi ist telling Garuda about his experiences. Und that's where we start now with the scripture. Dann berichtet die Krähe Kakabushundi Garuda von ihrer Erfahrung. Und darum geht es jetzt. This story is found in the Uttarakhand of Sri Tulsidas' Ramacharita Manat. Dieses Gespräch findet man im Uttarakhand und so weiter. Okay, in the Ramacharita Manat of Tulsidas. Tulsidas hat das berichtet, okay. May I continue, Gurudez? Ah, very good. Yes, so we start. Kakabushundi is telling to Garuda. Now, O Lord of the feathered kingdom, I tell you of Sri Ram's benayati and my own opacity, listen attentively. Garuda, ich berichte dir jetzt von meinem gefiederten Königreich, meinen Erfahrungen mit Sri Ram. Whenever Sri Ram appears in a human presence, an attack. Man immer Sri Ram erscheint in der menschlichen Form. Okay, so Devi, wir machen so, wir machen kurz, ganz kurz, okay. Ja, ich habe genau den Text gerade jetzt nicht vorliegt, ich bin erst bei Seite 1028. Okay, once again, whenever Sri Ram appears in human semblance. Und dort die wunderbarsten, vielfältigsten Spiele zum Heil seiner Devotees abgehalten hat. Bin ich auch zu der Stadt von Ayodhya gegangen, um dort seine wunderbaren kindlichen Spiele zu beobachten. Ich bin gegangen, um das große Festival seiner Geburt zu erleben. Und fasziniert von seinen kindlichen Spielen bin ich dort für fünf Jahre geblieben. Das Kind Rama ist mein geliebter Deity. Der sich vervielfältigte in die Form von unzähligen Liebesgöttern. Und ich starre immer unverwandt auf die wunderbare Haltung meines Herrn. Und ich erlaube meinen Augen, die Form zu genießen, diese wunderbare Form von Gott. Und dadurch muss man eben den Text finden. Wo bist du genau? Ich habe jetzt Seite 1028 vor mir liegen. Yes, and now we turn the page already. 1029 ist, let's have it. Yes, thank you, I have got it. Ich bin da hingegangen und konnte das große Fest seiner Geburt bezeugen. Und ich bin fasziniert von seiner kindlichen Form und seinen kindlichen Spielen. Und bin dort für fünf Jahre verblieben. Das Kind Rama ist mein geliebter Deity, der alle Schönheit in seiner Person vereinigt. Und ich starre auf die wunderbare Haltung meines Herrn. Und dort gestatte ich es meinen Augen, die Frucht ihrer Existenz zu genießen. Ich habe die Form einer kleinen Krähe angenommen und ich verbleibe in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft von Shri Rahari und bezeuge seine kindischen Heldentaten in ihrer ganzen Vielfalt. I'm going to move ahead just a little bit for the description that Kaka Bhushundi gives to Garuda about the form of Ram. Let's move to 76, 75. Bhushundi continued, Listen, O chief of the birds, the story of Sri Ram. Is to the light of his servants. The king's palace at Ayodhya was beautiful in every way. Bhushundi, die Krähe, fuhr weiter fort. Liss, höre zu, mein lieber König der Vögel. Die Geschichte von Shri Ram macht seine Diener glücklich. Der Palast des Königs in Ayodhya war in jeder Hinsicht von unglaublicher Schönheit. Er war mit Gold ausgestattet und mit wunderbaren Edelsteinen aller Art. In dem Garten, wo die vier Brüder täglich spielten, war von einer Schönheit, die nicht mehr beschreibbar ist. Der Herr, der Ragus, spielte fröhlich in diesem Garten und indem er die kindischen Heldentaten vollführte zur großen und die große Freude seiner Mutter waren. His tender frame was a dark hue with a greenish tinge resembling that of Emerald. Seine zarte Gestalt war von einer dunklen Färbung mit einem Klang des Grünens, das erinnerte an einen Smaragd, an einen grünen Smaragd. Smaragd, ja, exactly. Every limb of it had the loveliness of numberless cupids compressed into it. Seine Gliedmassen hatten die Lieblichkeit von unzähligen Liebesgöttern, die in sich in ihm vereinigten. His feet were soft and ruddy like a young lotus. Seine Füße waren ganz zart und rötlich wie junger Lotus. Seine Zehen waren leuchtend und die Nägel, Fußnägel leuchteten noch mehr als der Mond. Die Sohlen seiner Füße trugen die vier Arten von Merkmalen, nämlich den Donner, die Elefantengärte, die Flagge und der Lotus und sie waren geschmückt mit wunderbaren Fußglöckchen, die ganz süß klingelten. And they were adorned with beautiful anklets and sweetly jingles. Und sie klingelten so süß. The charmer of dawn around his waist was made of gold, bossed with jewels produced a pleasant tingling sound. Die liebliche Region um seine Hüften herum waren gemacht, wurden von einem Gürtel, der einen ganz zauberhaften Laut von sich gab, geschmückt. Sein Bauch enthielt drei liebliche Ringe, die mit einem charmanten, tiefen Nabel ausgestattet waren. Seine breite Brust glänzte von Juwelen und enthielt verschiedene Arten, die zu einem Kind passten. Seine rötlich-zarten Hände, Nägel und Finger bezauberten die Sinne. Er hatte Schultern, die von einem starken Löwen übertrafen und sein Hals, sein Nacken war wie eine Muschel geformt. Und er hatte ein so wunderbares Kinn und ein Gesicht, das der Inbegriff der Schönheit war. Seine Sprache war unschuldig und seine Lippen rosig und sein Mund enthielt eine wunderbare Zähne, die leuchteten. Er hatte so süße Wangen und eine liebliche Nase und ein Lächeln. Das leuchtete. Und das Lächeln war so leuchtend wie die Strahlen des Mondes. Seine Augen, die an ein Paar von blauen Lotussen erinnerten, erkannten nicht die Grenzen weltlicher Existenz. Übertrafen die Grenzen weltlicher Existenz. Während seine Stirn ausgestattet war mit einem heiligen Mal, das mit gelben Farben aufgetragen worden war. Er hatte archte Augen, ziemlich gut geformte Augen und schwarze, 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 blaue Haare. Seine Brauen waren wunderbar gebogen und er hatte so wunderschön geformte Ohren. Und seine dunklen, lockigen Haare verbreiteten ihre Lieblichkeit um ihn herum. Ein dünnes, gelbes Gewand betonte seine hübsche Person. Und sein schriller, gleeful, I don't know, Ruf und sein Leuchten bezauberten mich. Auf diese Weise, fröhlich spielend, im Garten des königlichen Palastes, teinst. Er plädt wieder. tanzte der Wunderbare, als er seinen eigenen Schatten sah und spielte mit mir auf unterschiedliche Weise, die ich euch so gerne jetzt berichten möchte. Wir sollten uns daran erinnern, dass Kakabushundi eine schwarze Krähe ist, mit der jetzt Rahm spielte und tanzte. Rahm, crying with joy, as he ran to catch hold of me. Als Rahm jubelte vor Freude und er mir hinterher ran, um mich zu fangen, flog ich weg. I flew away. Then he showed me a piece of sweet cake. Und dann hat er mir ein Stück Kuchen hingehalten. Well, this story goes on and on and on. And Kakabushundi comes back for the sweet cake. Und diese Geschichte geht immer hin und her. Und Kakabushundi kommt natürlich zurück und holt sich das Stückchen Kuchen. And I believe this is the Lord also encouraging devotion for us. Und das ist, dass der Herr uns ermutigt, ihm mit Hingabe zu dienen. Am Ende des Uttarakhanda erhält die Krähe dann das Geschenk von Shri Ram. Und Shri Ram bietet ihm alles an, was sich die Krähe nur wünschen könnte. Shri Ram sagt, you can have any blessing you want, anything. Meine liebe Krähe, du kannst jede Segnung haben, alles was du möchtest. Und die einzige Segnung, die sich ein Hingegebener Devotee wünscht, ist immer nur, einfach voll in dem Dienst stehen zu dürfen. Und die Krähe hat es bekommen. Kakabushundi erzählt diese Geschichte wieder und wieder und wieder vor 20 Erdenzeitaltern. 27 Kalpas berichtet, Kakabushundi. Immer wenn Ram in einem Kali, in einem Yuga erscheint, dann ist die Krähe da und beobachtet die kindlichen Spiele von Ram und berichtet darüber. Ich wollte euch diese Geschichte, die mich so bezaubert von Kakabushundi, euch gerne mitteilen, weil sie so tief in meinem Herzen ist und mich beflügelt in meinem hingebungsvollen Dienst. Deshalb habe ich damit begonnen. Der Erscheinungsdach von Ram, in der im letzten Tetra-Yuga stattgefunden hat. Und der findet immer am neunten Tag des Monats von Chaitra statt. Ich habe ein bisschen vorbereitet auf diese Lecture und etwas herausgeschrieben und möchte euch jetzt das mitteilen, was ich von eurer wunderbaren Swamini... Swamini in ihrer Form ist Mutter Sita. Swamini in ihrer Form ist Mutter Sita. Eine Form Swaminis ist Mutter Sita. Sita ist bekannt für ihre Mut, ihre Reinheit, ihre Hingabe, ihre Loyalität, ihre... Good question. Castity. Erneut. Es ist nicht Scheu, es ist Zurückhaltung. Keuschheit. 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 Devotion. Für ihre Hingabe, ihre Opferbereitschaft. Sita ist auch bekannt als die Mutter des Universums. Sie hat alle Beigesellten wie ihre Kinder behandelt. Die Brüder von Ramf, die Hanuman. Sie ist die universelle Mutter. Sie war die ideale Tochter für ihre Eltern. Die ideale Wife für Shri Ram. Die ideale Gemahlin von Ram. Von Shri Ram. Die ideale Mutter für ihre Zwillinge, Lavan Kush. Einige Namen für Sita sind auch... Maikili, die Prinzessin von... Matilla. Vaidehi. Vaidehi ist die Tochter von Videha. Janaki, die Tochter von Janak. Janaki, die Tochter von Jana. Sita, Ram lovingly like to call Sita, Sia. Ram liebt es Sita, Sia zu nennen. In India I hear a lot Jai Sia Ram, Jai Sia Ram. In Indien hört man oft. More Sia Ram in North India. In Nordindien hat sie ein bisschen andere Namen. And she is also called Bhumija or Bhumidevi. She is a girl, the goddess of earth, actually. Sita is the goddess of earth, Bhumidevi. Or she is born. She is born of earth. I will get into this story. Actually, let's get into that. So I will go slow here, because this story, I have to admit, Tulsi Das doesn't really expand on Sita as much as he does on Ram and Hanuman. Tulsi Das hat nicht so viel über Sita berichtet wie über Ram und Hanuman. Aber ich möchte das hier mal betonen jetzt. Viele von uns wissen, dass Sita aus der Erde geboren war. Und wie ist denn das vor sich gegangen? Und in Balmiki Ramayan, Sita and Ram and Lakshman, after just some months leaving in exile. Einige Zeit, nachdem sie ins Exil gegangen sind, Sita, Ram und Lakshman, haben sie Atri Muni und Anasuya getroffen. Und Anasuya ist der Inbegriff der Weiblichkeit. Obwohl sie auch Sita als die Personifikation des Weiblichen bezeichnet oder anredet. Und es gab ein Gespräch zwischen Sita und Anasuya, wo Anasuya wissen wollte, Wie ist denn das gekommen, dass du erschienen bist? Und wie sie den Ram getroffen hat und wie sie ihn ehelichen konnte. Zu eurem großen Vergnügen möchte ich diese kurze Konversation zwischen den beiden jetzt vorlesen. Anasuya sagt, sprach nun zu Sita. Anasuya sagt, sprach nun zu Sita. Das ist das, was ich irgendwann mal gehört habe. Sie hat also über ein Gerücht gesprochen. Ich würde gerne die ganz wahre Geschichte von dir hören. Ich möchte ganz genau wissen, wie das geschehen ist, dass du Ram heiraten konntest und wolltest. Würdest du mir das jetzt berichten? Und Sita wurde da ganz verlegen und hatte eine belegte Stimme und sagte, na gut, dann möchte ich es dir jetzt berichten. Da ist der mächtige König Nithjala. Der König Janaka. Er verehrte die Art und Weise der Krieger. Und er regierte sein Land mit prudenz, machtvoll. Gerechtigkeit auch. Mit großer Gerechtigkeit. Also der Pflug. Mit seinem Pflug in den Händen bereitete er das Feld. Und hat da einen Kreis getötet. So the story goes and arose to become the daughter of the king. Hold on, hold on. Sorry, I don't have to text. King Jana was busy sowing grain. He was planting the grain. King Jana war dabei, zu säen. When he caught sight of me. Als er mich dann sah. Mein ganzer Körper war bedeckt mit der Erde, mit Schmutz. Und er war verblüfft. Sie war in dieser Pflugrinne. Und das bedeutet tatsächlich der Name Sita, dass sie die Furche war, die mit dem Pflug gezogen worden ist, um säen zu können. Er wurde ganz kindlich. Und mit seinen beiden Händen hat er mich auf seinen Schoß genommen. Diese soll jetzt meine Tochter sein und mich mit Gefühlen überschütten. Und wir müssen noch mal erinnern, dass jetzt Sita erzählt, wie sie es erlebt hat, wie es alles geschehen ist. Dass sie also die Aka-Furche personifiziert war und dort von dem König auf den Schoß genommen wurde und seine Tochter war. Aus dem Himmel kam da eine Stimme. Aus dem Himmel kam da eine Stimme. Like an Akashvani. A human voice, but unlike any ever heard. Die war menschenähnlich, aber konnte so nie gehört werden. Also nachdem der König sie als seine Tochter gerufen, angenommen hatte, bezeichnet hatte, da erklang diese Stimme aus dem Himmel. Und es ist tatsächlich so göttlich verfügt, das Kind ist das Deinige. Mein Vater, der König von Matila, war beglückt. Kannst du es bitte noch mal? Der König der Menschheit ist... Unendlich reich, wegen mir, dachte der König. Unendlich reich, wegen mir, 와 bekl Inspiration. Unendlich reich, diesenaissez für Z 남spress, über zwei Zия zurückgehen, über zwei Ziele aus der König,еровinnen und Einheit. Vielleicht ist er die und die concludende Z Astu Feindel. Dieses Kind, was er da in der Ackerfurche als seine Tochter angenommen hat, gab er dann seiner Königin und sagte, das ist unsere Tochter. Als mein Vater dann wahrnahm, dass ich das angemessene Alter hatte, um heiraten zu können, dann wurde er ganz unruhig. Wie jemand, der seinen großen Schatz jetzt aufgeben müsste. Der Vater eines nicht verheirateten Mädchens, kann dann nichts Vergleichbares bekommen. Janak hat sich oft auf Indra bezogen als sein Reichtum, der Indra seines Grundstandes. Er hatte Angst davor. Humiliated? Gedemütigt zu werden? Ja, genau. Und betrachtend, dass ich nicht aus dem Schoß einer Mutter geboren worden war? Ich erzähle es jetzt lieber direkt, es ist einfacher. Sorry, may I interrupt? In the chat I can read that there are difficulties for translating. Janak war ganz traurig. Because he didn't know how to find a suitable husband for Sita. Wie sollte NDR einen geeigneten Ehemann für diese wunderbare Tochter finden? Für Sita. Und alle wollten natürlich Sita auch heiraten. So Janak had to devise some plans. Da müsste Janaks Pläne schmieden, wie er das bewerkstelligen könnte. Da gibt es einen besonderen Tempel in dem Palast von Janak. Das ist der Heimstatt von Shiva, das Reich von Shiva. Ah, den Bogen von Shiva dort verhält. Und dieser Bogen wurde in der Familie von Janak für unzählige Zeitalter immer bewahrt, verehrt. Wurde verehrt. Und dieser Bogen ist von so dermaßen schwer, dass man einen riesigen Wagen braucht, um ihn zu transportieren. Man braucht 3000 Männer, um diesen Bogen zu spannen. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wie wahnsinnig mächtig dieser Bogen ist. Sogar noch bevor Janak diese Sorgen hatte, passierte eine zarte Geschichte zwischen Sita und ihren Freundinnen. Sie spielten in der Nähe des Tempels mit einem Ball. Der Ball ging verloren und er rollte unter diesen Wagen, wo der Bogen drauf war. Und man konnte den Ball nicht mehr kriegen, weil der Bogen einfach so riesig war und man konnte da nicht hin. Und Sita nahm dann diesen mächtigen Bogen einfach mal eben zur Seite. Und einer von den Dienern hat es beobachtet. Und er konnte nicht glauben können, was er gerade gesehen hatte. Und er rannte zurück zu Janak. Und er erzählte da in seinem Temp, in dem Palast, Hey, Janak, du kannst dir nicht vorstellen, was da gerade passiert ist. Und er war richtig. Sie konnten es nicht glauben. Man konnte es nicht glauben. Wer sollte jetzt denn diese machtvolle Tochter heiraten? Und da kam dann eine Inkarnation von Lakshmi infrage. Das hat ein Brahmane dem König dann zugeraunt. Ja, so, of course, Janak, just like Mother Yashoda, cannot see her Gopal as God, Janak cannot see Sita as Lakshmi. So wie Yashoda ihren Gopal nicht wie ein Gott sehen kann, so kann Janak seine Sita nicht als göttlich sehen. But still, I need to find the right husband and the only husband is, of course, Vishnu. Ich muss dennoch einen geeigneten Gemahl für sie finden. Und der Einzige, der in Frage käme, wäre Lodwishnu. So he decided this big heavy bow of Shiva, the one who can win the hand of my daughter, she will be, he must lift and string the bow. Der Einzige, der also meine Tochter ehelichen kann, muss einer sein, der in der Lage ist, diesen mächtigen Bogen zu spannen. Und das machte Sita auch ganz traurig, das zu hören. Mein Gott, wer könnte denn diesen Bogen spannen? Ich verspreche also, derjenige, der den Bogen spannen kann, der wird meine Tochter heiraten dürfen. Und dann kamen alle Prinzen und Könige von überall her, um den Versuch anzutreten. Und niemand, niemand konnte auch nur annähernd diesen Bogen spannen. Nicht mal einen Hauch. Und sie waren sehr demütig. Und sie wurden gedemütigt dadurch, und sie beschuldigten Janak, dass er eine unmögliche Aufgabe gestellt hat. Und sie haben Janak angegriffen, auf vielfältige Art und Weise. Da entstand ein großer Krieg. Aber schlussendlich hat Janak dennoch alle Könige besiegt. Und einschließlich eines Königreiches, was eben ganz in der Nähe war. Das er dann seinem jüngeren Bruder Kusukwasch überschrieben hatte. Und Kusukwasch hatte auch zwei Töchter. Und Janak hatte eine zweite Tochter. Und sie wurde dann die Gemahlin von Lakshman. Mandavi wurde die Gemahlin von Bharata. Shruta Kirti became the wife of Shatrugna. So, in this way, now I'm lost in the story. Sita was telling Anasuya all about this, how this happened, and also the impossible. Also hat Sita in dem Gespräch mit Anasuta, in diesem Gespräch von Frau zu Frau, all diese Aspekte ihr berichtet? So, Sita decided to join Ram in the forest. After, of course, I jump ahead sometimes. My brain is always like this. So, after the marriage, nach der Hochzeit, the marriage of all four, Von allen vier Geschwistern, oder? They went back to Ayodhya. Sind sie zurückgegangen nach Ayodhya? And they spent about 12 years in Ayodhya. Ram and Sita were quite young still, at the time they got married. Yes, it wasn't long after they met, that they actually got married. Because of the challenge, Ram had not only lifted the bow. Ram also war in der Lage, den Bogen zu tragen. Not only to lift it, but to string it. Und er hat ihn auch spannen können. Before anyone even could even see it. Noch bevor das irgendjemand gesehen hat. And then he pulled it back and it broke in half. Und hat dann damit den Bogen zerbrochen. Und das Geräusch, das das machte, als dieser Bogen zerbrach, da sind alle, die das haben alles vernommen und sind auf die Knie gefallen. Just of the sound. Bloß, weil das dermaßen laut und unheimlich war. So, of course, Janak was overjoyed. Sita was even more overjoyed. Und Janak war natürlich überwältigt, verfreut, dass jemand in der Lage war, den Bogen zu spannen und Sita ebenso. Because that means now Sita and Ram, Janak says, I will give you Sita. Das bedeutete, dass Janak sagt, Sita wird deine Gemahlin sein. And Sita's mother was pushing her a little bit in the front because Sita was holding the garland ready to garland ram. Und die Mutter von Sita hat sie ein bisschen nach vorne geschoben, weil Sita hielt die Galande, um Ram zu krönen. But Ram was too big. He was too tall. Aber Ram war auch riesig groß. Sie konnte ihm nicht die Galande umhängen. Und dann hat sich Ram verneigt vor ihr. Dass Sita ihm die Galande umlegen gehen konnte. And then I skipped ahead before because of the four boys getting married to the four girls. four Jungs wurden damit vier Mädels war. So this is where it was Vasishtha and Vishwa Mitra who had the idea let's bring the other girls and the other boys also into the story. So of course an invitation was sent to Dasarad to come. Und da wurde eine Einladung ausgesprochen dass die vier Brüder und Schwestern kommen würden. Dass Ram eben den Bogen zerbrochen hat und jetzt Sita ehelichen würde. So then Dasarad and the whole family came of course all the Rams mother Koshalya Bharats mother Kaykei Lakshmans mother Sumitra and the whole army that everyone came and it came then alle dazu alle Königinnen und Geschwister and there was a big festival and then it was it was a fest a great fest all the four boys got married and the four girls wurden dann auch verheirat mit den Mädels I'm sorry I'm too fast I don't speak clear enough it's okay it's okay and I have a feeling I have too much in my head that I would love to talk about Gurudev it's mute Gurudev is muted very deep and steady you have my god tief was everything told it amazing amazing maybe someone else would like to share some Ramkata or some stories can maybe someone can help that unterstützen here Ramkata I want to ask you a question or ask you for a I would I would want to go back to the Crow from the very beginning the first story I want to go back to the 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 I must smile and I saw that you and I thought that the way the lila was with the crow flirting and playing and blushing I thought that 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 the 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 zwischen Rahm und der Krähe das Nachlaufen und Wegfliegen und Kuchenkrübel kommen. Have you ever seen a crow blush? Good question. Good question, but I know Cockaboochundi could. My comment was this reminded me so much more of Manjeri Baf. Das hat mich doch sehr an Manjeri Baf erinnert. And I wonder if you saw that relationship or if you agree or see the similarity. This playfulness, loving playfulness. Ich möchte das liebende Spiel zwischen Manjeris und Radar und vergleichen mit dem Spiel der Krähe und Rahm. Genau. Somehow in this sense I'm Udaba. Udaba. Udaba asking the question. Udaba hat diese Frage gestellt. I'm sorry. I don't see it like that. Of course. So wie du es jetzt betrachtet, das kann ich es nicht sehen. Obviously it's an Aspekt of Manjeri Baf that you can see it like that. schon ist das ein Aspekt von Manjeri Baf den du sehen kannst. And I have to admit I am not so intelligent. Es tut mir leid. Ich konnte das leider bis jetzt nicht so sehen. Wenn ich die hingegebenen Seelen hier sprechen höre, dann höre ich immer heraus, wie sie aus der Tiefe ihres Herzens sprechen. Ghorabani, Sunniti, Gopinath Udaba, Ghoranga. And I depend on the lila itself. There's not a time that I see a crow outside that I don't think of Mereg Kakabu Shundi. Ich fand immer ich eine Krähe sehe, dann muss ich an Kakabu Shundi denken. And his love for Ram. Meine Liebe für Ram. He doesn't want liberation. He wants to come back for Ram the next time around too. Er wünscht sich nicht befreien, denn er möchte gerne zurückkommen, wenn Ram wieder erscheint. And until then he remains in this one region in the Himalaya. Und bis dann, so lange verbleibt er in einer, irgendwo in den Himalaya. There's four peaks and there on the top of each peak there's one tree. Da sind vier Gipfel und auf einem Gipfel ist ein Baum. And for example there's a mango tree there he's doing his personal Ram Mantra himself. Und da ist ein Mango Baum, der seine eigenen Ram Mantras singt. There's on one peak there's a Banyan tree and there he's selling Ram Kata all the time when he's not doing Ram Bhajan. Auf einem Gipfel ist ein Banyan Baum, der ständig Ram Kata berichtet. Jeder Baum macht eine ganz bestimmte Art von hingebungsvollen Dienst. Und von diesen Gipfeln aus kann man den See Sarova sehen. da ist Garuda hingeflogen in diese Region mit diesen vier Bäumen, die ständig Verehrung machten. Und genau dann, als er kam, dann hat Boshundi auch anderen Vögel Katar gegeben. Und of course everyone knew who Garuda was, so they all paid a respect. Jeder wusste, wer Garuda war und alle verneigten sich tief vor ihm. So the story is what drives me Udhava Prabhu. Diese Geschichte, die ist das, was mich wirklich tiefst bewegt. Manjari Bav ist, das kann ich leider nicht genau sagen. Wenn ich die Geschichte von Radarani in den wöchlichen Zoom lausche, das sind ganz viele Geschichten, die mich erinnern an die Geschichten von Ramayana. und but I refuse not to listen. Aber ich weigere mich nicht zuzuhören. Ich weigere mich nicht nicht zuzuhören. Ja, genau. Danke. So, yes, I don't feel I'm anywhere with my bhakti, with my devotion, with my love, with my knowledge, with anything. But I feel I'm in the right place by associating with you, Gurudev. It's only your blessing, Gurudev. Ich weiß nicht genau, wo ich hingehöre, aber ich fühle mich in eurer Familie und bei Gurudev so dermaßen wohl. Da ist auch mein Platz. Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. You have to read the Ram Chalitra Manas. Every day, Gurudev. Oh, with Chopai. Yes. This is a different thing. And what you are reading is a different thing. Yes, yes, I know you love the Chopai itself. Chopai means, it's a deep meaning. So, er soll das Werk Chopai lesen, das eine tiefe Bedeutung hat. Like, as you see. Shiva is telling to Parvati in Chopai. Umar Chopai berichtet. Was immer ich sehe, ich sehe es hier. Warum bete ich, weil überall mein Rahm ist. Ohne Chopai wird Rasa nicht kommen. Genuss. Now I understood, Gurudev. Yeah. I need to learn Chopai. I need to learn Hindi. English Chopai. You don't need to go in meaning. But behind the meaning is in English. Da wird dann mehr Süße kommen, wenn du das liest. Wenn du weinen möchtest und die Süße schmecken willst vom Rahm Kata, dann musst du dieses Werk lesen. Ich hab Sie vier. neh, Herr Präsident. Ja, ich habe noch, die Frage. I have all kinds of stories, but for example, for those of you who want to dive in by yourself also, this is the book, Sri Ramacharita Manat, by Tulsida. And you can see, for example, details on Sita's wedding with Ram, for details, how Koshalia, the mother of Ram, was, she was bleeding to Ram, don't take Sita, she cannot manage this. And of course, Sita did not accept. Sita was convincing Ram. Also in diesem Berg werden alle möglichen Details genauestens beschrieben, die Details der Hochzeit und auch etwas, das Sita überfordert schien, Ram zu heiraten, aber Sita war es ja nicht. Und da gibt es noch die Geschichte eines Fährmannes, als sie im Exil waren. I know Gurudev likes this story very much. Die Geschichte mag Gurudev eigentlich sehr gerne. Und Sita wollten den Fluss überqueren und haben den Bootsmann gerufen, den Fährmann. So they told the Bootsmann, please take us over the other side. Und sie baten den Fährmann, bitte bring uns rüber zum anderen Ufer. Aber der Fährmann sagte zu ihm, nee, ich bring euch nicht rüber. Und Ram wurde puzzled und fragt, warum nicht? Das hat Ram hochgradig irritiert. Warum machst du das jetzt nicht? Yes, because I heard what your feet can do to stone. Ich habe gehört, was deine Füße mit Stein machen können. Er hat die Geschichte gehört, dass Ram eine zu einem Stein verwandelte Frau aufweichen konnte oder wieder beleben konnte. Deine Füße sind in der Lage, Felsen in Frauen zu verwandeln. Stein ist noch härter als Holz. Und das Boot ist das einzige, was ich habe, um meine Familie zu ernähren. Wenn deine Füße mein Boot berühren, ich brauche keine zweite Frau. So Ram schaute zu Lakshman und Sita und sie mussten alle lachen. Und Ram zuckte mit den Schultern und fragte sich, was soll man denn jetzt machen? Und der Bootmann sagte, lass mich deine Füße waschen mit dem Wasser der Gangas. Und dann möchte ich dieses Wasser trinken. Und wenn dann nichts mit mir passiert, dann nehme ich dich mit rüber. Dann bringe ich euch rüber zum anderen Ufer. Und alle drei lachten. Da ist noch was. Wenn Ram cross the river, dann ist Das ist die Arbeit des Fährmannes, die Leute rüberzubringen, und Ram konnte ihm nichts geben. Und Sita sagt dann, Ram, das ist nicht fair, du musst ihm schon was geben. Du musst seinen Dienst doch bezahlen, honorieren, er hat dich doch rübergebracht. Und Ram hat aber nicht gedacht, was könnte er ihm geben. Und vielleicht könnte er ihm seinen Ring geben. Und der Bootmann hat diesen kostbaren Ring nicht annehmen wollen. Deine Arbeit und meine Arbeit ist ja doch die gleiche. Du überquerst den Ozean des materiellen Lebens und bringst die Seelen herüber. Und ich überquere den Fluss, um die Menschen von hier nach dort zu bringen. Wir haben auch den gleichen Job. Deswegen kann ich doch von dir gar kein Geld nehmen. Das hat Ram so in Ekstase versetzt, gesagt, Boah, du bist aber eine hingegebene Seele. Danke, Gurude. Hanuman hat einen riesigen Stein geholt, dort Ram draufgeschrieben und diesen Stein ins Wasser gegeben. Und um dann die Brücke nach Lanker zu bauen, hat er das gemacht. Und er hat es Stein um Stein ins Wasser gebracht, um diese Brücke zu bauen. Die Devotees haben dann Ram berichtet, dass Hanuman das tut, diese Steine zu nehmen und sie mit Ram zu beschriften. Und dass die Brücke dadurch immer größer würde. Und Ram und Sita sind da hingegangen, um sich das anzuschauen. Und tatsächlich, sie konnten das beobachten, wie riesige Steine auf dem Wasser schwammen und diese Brücke bildeten. Und ganz verschwiegen hat Ram auch einen kleinen Stein genommen. Und dann hat er diesen Stein auch da hingegeben. Und er hat diesen Stein ins Wasser geschmissen. Und dann hat er gesehen, war er überrascht, das zu sehen, dass der Stein schwamm. Und dann kam Hanuman. Also ich glaube, wenn Ram den Stein ins Wasser ging, ist er untergegangen. Aber als Hanuman den Stein beschriftet hat mit Ram, da konnte er aus dem Stein schwimmen. Und Hanuman ist dann zu Ram Chandra gegangen und sagte, Arre Prabhu, ich schreibe deinen Namen darauf, dein Name ist so machtvoll, dass er selbst den größten Stein zum Schwimmen bringt, leicht macht. Und der Stein schwimmt dann. Und er fragte, warum mein Stein in der Wasser geht. Der Ram hat selbst gezwäufelt, wieso geht mein Stein unter? Also ein Stein, der muss deinen Namen tragen. Wir müssen ganz eng bei dir sein. Dann ist alles Schwere von uns genommen und kann schwimmen. Und wenn es weit weg ist von dir... Nisi Domino, Gurudev. Ja? Das ist das Sprache von Nisi Domino. Das ist das. Wenn der Devotee den Namen seines Ishtadeves schreibt, dann ist es wirksam. Selbst wenn Gott etwas wirft, dann wirkt es nicht. Der Devotee muss den Namen Gottes schreiben. Nisi Domino. Nisi Domino. Danke, Gerdinand. Ja. Bravo. Gora Sundar, do you have something to add? Only Nisi Domino. Could you please explain, Nisi Domino? This is all we have, what we build, we have to build in the name of the Lord. Was wir machen, das haben wir im Namen des Herrn zu tun. Without him or his name is useless. Ohne ihn und ohne seinen Namen ist es nutzlos, etwas zu tun in dieser Welt. But you see, Hanumanji, even stones can swim with his name. Man sieht an der Geschichte, dass sogar Steine mit dem Namen von Rahm schwimmen können. This is unbelievable. And I can see in your story... Kann man doch gar nicht glauben. What you are telling... Ich kann dem entnehmen, was du uns berichtest und erzählst. Sometimes we speak about Manjari Baaf... Manchmal sprechen wir von Manjari Baaf und manchmal... Different other Baafs. Von verschiedenen, unterschiedlichen Baafs. But you can see all these beautiful stories... Wir können sehen, dass doch alle diese liebevollsten, wunderbaren Geschichten... Die wir von den unterschiedlichsten, vertieften Seelen erhalten haben. Dieses Geschenk... Alle diese Berichte begründet sind in den Gefühlen. Alle diese Berichte begründet sind in den Gefühlen. Und sie vergrößern unsere Gefühle. Das ist doch der Grund, der hinter allem liegt. Dass wir an unseren Gefühlen arbeiten müssen. Das ist das große Geheimnis hinter allen Schriften. Das ist das große Geheimnis hinter allen Schriften. Das ist Gott, die Göttin. Die Göttin, die hat uns das Geschenk gegeben, in voller Liebe zu sein. Hanumanji, I can see in your example... In deinem Beispiel kann ich es sehen. There is so much love. Da ist so viel Liebe bei dir. You are also like a swimming stone. Du bist doch auch wie ein schwimmender Stein. Dass Rahms Namen auf dich draufgeschrieben ist. Wie schön. Du schwimmst in den Gefühlen und in dem Ozean von diesem wunderbaren Rahm. Ich kann nicht mehr sagen. Thank you, Hanuman. Thank you, Bruce. Who knows the secret of Sita and Rahm? Diejenigen, die das Geheimnis von Sita und Rahm kennen... ...sind nicht viele. No. Wer kennt das Geheimnis von Sita und Rahm? Das sind nicht viele. I've heard many... Excuse me. Wer dem? Who is this? Hanuman. Wer ist denn das, Hanuman? Der pure Devotee. Der reine, hingegebene Devotee. Ich kann das Geheimnis von Sita und Rahm. Can I say some past time? Kann ich es auch noch im Spiel erzählen? One time... Es war einmal. Als Rahm und Sita kamen... ...they are sitting. Da haben sie gesessen und... ...they are distributing the gift to everyone. Sie haben ein Geschenk... ...Geschenke verteilt an alle. Und als sie die Geschenke an Ayyed verteilt haben... ...all was fine. Und er hat Hanuman vergessen, ein Geschenk zu geben. Oh, und er hat ausreit, Hanuman vergessen, ein Geschenk zu geben. Weil er ist ihm so nahe. Der Hanuman ist ihm so nahe. Als es dann zu Ende war, das Rahm alles gegeben hat. Dann ist er noch jemand übrig geblieben, der nichts bekommen hat. Und dann hat Hanuman seine Hand gehoben. Hanuman sagt, er ist ein zweites Born-Royal. Mich hast du doch vergessen, Rahm. Und Sita sagte dann... Hanuman hat einen wunderbaren Dienst für mich getan, sagt Sita. All time she is near to Sita and Rahm. Never leave to them. Immer ist Hanuman da. Ram Chandra said, I give all. I have nothing to give now. Ich habe alles weggegeben. Jetzt habe ich nichts mehr, was ich dir geben könnte, Hanuman. And that same day... Und dann hat Rahm ihm eine Halskette geben wollen, dem Hanuman, die er immer um seinen Hals, also die ganz, ganz nahe für Rahm war. Mir hat der Hanuman schenken wollen. Mit großen Diamanten und Perlen. Eine wirklich wunderbare, wertvolle Kette. Ah, das war die Kette von Sita, die Sita an Rahm gegeben hat. Bitte gib diese Kette Hanuman. Und als Hanuman diese Kette geschenkt bekommen hatte... Und dann, was soll ich damit? Und hat jeden, jeden Edelstein, jede Perle zerbissen. Und er hat dann geschaut, in der Inneren des Steines. Und er hat es dann weggetan, als er nicht gefunden hat, was er suchte. Und er hat diese ganze wertvolle Kette einfach kaputt gemacht, auf diese Weise. Und er hat doch was anderem gesucht. Und er sagt, du bist wirklich ein Arfe. Du verstehst dich, was wertvoll ist. Warum hast du diesen wunderbaren, schönen, wertvollen Schmuck einfach so zerbrochen? Und Ram ist looking, dass Sita ist becoming very angry. My God, she will burst out. And she burst out to Hanuman. Oh. What you are doing. Ram, Aad, weil der Sita wirklich wütend würde. Und du bist wirklich ein Affe. Du machst diese wertvolle Kette kaputt. Ich sagte, bravo. My God, Sita. Dann hat Hanuman gesagt, meine lieben Rate an Sita. Ich habe die Edelsteine doch untersucht. Du warst nicht da, in diesem Stein. Nein, es war wertlos. You say, we are everywhere. Wir sind doch überall, sagt Ram. Ja, we are. Ja. In meinem Herzen bist du überall. Und ich kann aus meinem Herzen heraus immer nur alles als Sita-Rahm sehen. In deinem Herzen sehe ich das auch. Und dann hat er seinen Körper aufgerissen, um sein Herz zu zeigen. Du bist immer in meinem Herzen. You see? You see? Hmm. This is the first thing. Oh. Pure devotion and pure love. Reiner Hingabe und reine Liebe. And who is Hanuman? He is himself Shiva. Wer ist Hanuman? Hanuman ist Shiva. There is no difference between Hanuman and Shiva. Oh, thank you so much, Gurudev. There is no topping that. Das kann man jetzt doch nicht mehr übertreffen, diese wahnsinnig tolle Geschichte. Wow. Ich habe einmal gelesen, dass, als Hanuman seine Brust so aufgerissen hat, da konnten alle, die dabei waren, die unbegrenzte Liebe erleben, die Hanuman für Sita und Rahm hatte. We can visualize it, if you put two mirrors together and try to look inside, how far it goes. Wir können schauen, wenn wir zwei Spiegel gegenüber halten, dann kann man gucken, wie oft sich das spiegelt. There is no limit. It keeps on going. Das hört nicht auf. Das ist immer unbegrenzt. Das ist eine Erklärung für unbegrenzt. Of Nasi Dominus. Of Nasi Dominus. The mirror is there, but they fit like this. One face becomes a hundred. Aha, wenn man die Spiegel, also sich gegenüberstellt, dann vervielfältigen sie das Gesicht hundertfach. How to fix this mirror? That's where I see. Only I see you. Wie muss man den Spiegel etablieren, dass man immer nur dich sieht? And this is a spiritual life. Und das ist ein spirituelles Leben. Darum geht's. Die Liebe muss sich ausdehnen. Die Liebe muss sich ausdehnen. Wie long you want to sleep. You can see and feel. Kannst es dann sehen und spüren. That is the meaning of spiritual life. Das ist der Bhajan. Das ist dein Bhajan. Und ganz klar, dein Ishtadev zu fixieren, ist auch unbedingt notwendig. Guru ist nicht das Ziel. Guru ist doch nur der Leiter, der spirituelle Lehrer, der Führer, der Navigator. For the goal. For the goal. For the Ishtadev. Navigator zum Ziel. We won't get that without the navigator. Navigator is not a goal. Navigator is not a goal. Navigator is the way to reach the goal. Navigator is not a goal. Navigator is not a goal to reach the goal. Thank you, Guru Dev, for being my hour navigated. Danke, lieber Guru Dev, dass du mein und unser Navigator bist. Thank you also for the opportunity to all of you. I want to apologize to you, Sudevi, you did an amazing job. And all the rest of the translators, that must have been really bad. I'm so sorry. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, hier sprechen dürfte. Und ich danke auch den Übersetzer. Please forgive me. Jainanda Maharaj is going to Europe tour. My advice and request, everyone meet him and share with him and learn from him. Jainanda Maharaj is going to travel through Europe and I recommend you to be there in Europe, if it's going to happen. Thank you once again, everyone for coming. Nochmal vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.